Kostbare koreanische Kulturgüter, die ins Ausland gebracht worden waren und nach langer Zeit wieder heimgebracht werden konnten, werden der Öffentlichkeit präsentiert. Muster von Pflaumenblüten, Bambus und einem Vogel sind wie in einem Gemälde dargestellt. Es ist eines von wenigen Perlmuttkästchen, die in Südkorea noch erhalten sind. Ein seltenes, zylindrisches, weißes Porzellan-Pekja, das mit Kupferlack überzogen ist. Am Boden sind noch Spuren des zwischenzeitlich nur esamerikanischen Besitzers zu erkennen. Yol-Song-Opil, eine kostbare Sammlung von Handschriften von Königen der Choson-Dynastie. Bei allen Stücken handelt es sich um Kulturgüter, die jüngst durch Auktionen im Ausland zurückgeholt werden konnten. Im Nationalen Palastmuseum von Korea in Seoul findet eine Ausstellung von über 40 dieser Kulturgüter statt. Drei Staatssiegel, sie wurden während des Koreakriegs gestohlen und in den USA wiedergefunden. Anlässlich eines koreanisch-US-amerikanischen Gipfels im Jahr 2014 wurden sie an Südkorea zurückgegeben. Juk Chek, ein Bambusbuch über die Ausrufung einer Kronprinzessin. Es wurde davon ausgegangen, dass das Bambusbuch während des Kriegs zwischen Frankreich und Choson im Jahr 1866 von Flammen zerstört wurde. Tatsächlich wurde es zusammen mit anderen Kulturgütern von französischen Truppen geraubt. Einige Kulturgüter wurden unentgeltlich zurückgegeben. Ein Bilderbuch vom Maler Chongson aus der Choson-Zeit. Nachdem ein deutscher katholischer Pfarrer es gekauft hatte, war es im Besitz seines deutschen Klosters. Das Kloster gab das Bilderbuch in Form einer Dauerleihe an Südkorea zurück. Das Klater mit Vatern zu Ihnen. Bei der Ausrufung. Daher 9 gainsprog wird fearosischen Tatsachen. Vielen Dank.